Ausverkauf, natürlich. Unterstützung für Luzon im Vergleich zu den Aufstieg. Joel Magne hat sich für ein klassisches Vier... ...stösst... ...für die Berner. Jaouen Haciam. Der Eckball... ...den Platzherren, die... ...sie haben den optimalen Trick. Die Berner dürfen sich schon... ...dar genau! So... ...Haciam... ...dass. Zweiter Einsatz in der Super League. Nächster Anlauf. Spenden. Joel Magne nimmt die Pause wahr. Für... Locker, der Moment 3, aber sie sind... Der erste Treffer von... ... ... ... ... Der FC Wintertor gewonnen hat, ist der... ...Rückstand auf den 6. Platz angewacht. Tore sind damit gefallen. Nach 70 Minuten im Wankdorf. Einseitig verteilt. Noch eine Viertelstunde plus Nachspielzeit. Dann ist... ... 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